Hab ich ja, quasi. Ja, also so ein paar. Ein paar wenige. Nee, ein paar viele. Das sind auch gar nicht so viele, aber... Es stehen doch da nur noch drei. Ja, und das sind wieviel? Fünf, also wieder. Ziemlich fünf. Guck mal, zwei Tote. Zwei, vier. Zwei, die hier noch am Start sind. Ja, es sind noch vier. Sieben. Die da hinten, die zählen nicht zu dir. Neun, zehn. Ach, Koller. Bin jetzt zehn. Jetzt spinnst du da rum. Boss kommt. Ja, auf mich, ne? Ich wollte ja eigentlich die drei kaputt machen, dann erst den Boss pullen, aber die wurden geslowt, gestunnt und weiß nicht mehr. oder. Jo, verrunde. Doch. Ich hab jetzt prima nach. Da. 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 Tja, dann schauen wir da, kommen wir vorbei. Das ist ein cooles Schwein. Jedenfall. Sieht's auch cool aus? Ich hab' mir lebt. Und ich hab' es, ich brauch' nur noch 3 Level. 3 Level brauchst du nur noch. Das ist schon mal das Wichtigste. Aber nach der Gruppe muss ich noch kurz meine Pizza halten. Ja. Ich glaub' ich kann sie schon riechen. Okay, bis gleich. Jo. Ah, das ist glaub ich schon wieder weg. Ja. Kann ich euch ja sagen. Ach. Nee, das kann ich nicht machen. Pizza Hungry. Boah. Danke, Pizza. Ja, gleich geht's auch schon weiter. so lit's auch hier. detectors dann 1 3 Man, 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 man. Man, 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 man. Das lässt sicher was sein. Wahrscheinlich hat es die Pizza nicht gut überstanden. Das ist meistens sowas gewusst, Pizza. Pizza-anten, sagt man ja. Da bin ich wieder. Und? Ist es noch gut ausgegangen? Sehr gut aus. Ein paar Piripiri-Schoten drauf. Das wird noch ein Knoll. Das wird noch ein Knoll. Das wird noch ein Knoll. Kroo, ich habe einen Knoll mit der Akku. Sag mal, wann kriege ich eigentlich meinen Skill? Also meinen höchsten Talentpunkt? Wann ist denn das jetzt immer? Bist du noch? Ach, ich bin auch. Mit 70? Ich hätte schon gesagt. Im nächsten Mal gibt es das auf 69. Ich zeichne mal... Wenn ich die Taschen habe? Ja, jedes Mal wenn du das benutzt, stick dein Computer aus meiner Wie geil ist das? Du hast dein DirectX 11 nicht händelnd Kubi Ich muss es einsetzen! Nein, griff! Pfff Und durch den Lag kommt der Heal dann nicht mal bei mir an? Nur um dich zu retten Das Heal von mir Heilige Strahlen auf 83 Man, echten Massenzauber Massenheal Du Dermal Nam 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 Das ist immer sieb voll schön hier Weine von... Das ist auch die Botaniker, ne? Das ist ja das Forschungsschiff sozusagen die ganze Pflanzen so gerätet hat Oh shit ist das ein crazy Teil Nun... ... Was macht ihr da? Diese Exemplare sind sehr empfindlich. Aber, wie ist sie? Sie ist ein Boss. Shattered Halt, das wird awesome. Chetroide! Der macht Gelassenheit für mich. Kannst du ihn nicht unterbrechen? Nope. Ich kann nicht. Simone? Nein, gar nicht. Die machen die ja gar nicht kaputt, mein Gott. Ja, das sieht sogar geil aus. Na, muss ich nur Stoffe 70 machen? Das sind die wichtigsten Sachen jetzt schon zusammen für... Für Nurens. Shit. Hm? Ich kann mich mal auf den Test dabei sehen. Oh. Shit. Ich geh krank. Na 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 na. Meinst du, wir schaffen's, in Pfingsten noch 580 zu werden? Wenn es knapp ist, ist es auch gut. Oh shit. Ah, what the fuck bin ich denn? Willst du ihn einholen? Schlimmer. Hä? Bin ich im Guggencheck? Schlimmer. Ja, aber du Shad-sächtig bist. Eine Persönlichkeit von dir, die will immer wieder in den Shad rein. Das ist aber ganz schön krass, wieso ich das in der Kontrolle habe. Das hast du nicht in der Kontrolle. Ich merke es mir nicht. Ich schenk mir da erstmal einen ein. Komm, schenk mir ein griechischer Wein. Weiter kann ich es nicht. Das ist immer nice und so zu tun als würde es das wirklich gehen. Zu tun als würde es das wirklich gehen? Hm, das ist nicht. Das gibt es wirklich. Oh Gott. Das ist von, wie heißt der? Ja, komm. Du hast irgendwas. Wie heißt denn das? Ja, wie heißt ich ja. Gibt es wirklich? Hm, ein ganz bekannter Deutscher in der Politik. Ja. Ja! Was man immer beim Publikum was von Musik, keine Ahnung, hat... Ach komm, den kennt man doch! Das gibt's wirklich! Der heißt... Ha! Das fällt mir jetzt halt nicht ein, komm, sag schon! Josef Mängel! Nee, der war kein Intubriert! Ich hab'n Boss geschuldet! Ich frage mich, wie heißt der... Der hat immer auf seinen Konzerten... Einen weißen Flügel! Oh, ja! Oh, Mann! Jugei! Ich darf mich nicht so ablenken! Ihr? Oder ich bin's! Ich hab' auch keinen Mahner mehr, also mir kann man echt keine Folgen mehr! Situation mit einemen Weg! Ich bin's! Ich bin's! Ich bin's! Für mich!